Hier präsentieren wir die 5 besten WMF Kaffeemaschinen Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. WMF Lono Aroma Kaffeemaschine. Der Duftglasbehälter fasst bis zu 10 Tassen zu je 125 Milliliter. Dank des Schwenkfilters kann das Kaffeepulver bequem und auch ohne Krümel vervollständigt werden. Schnelle mit dem einfach zu bedienenden Bedienfeld begonnen, steht nichts in den Mitteln, um Freude am Kaffee schnell zu nehmen. Bei größeren Mengen bewahrt die Kochplatte mit automatischer Abschaltung über einen längeren Zeitraum ein ideales Trinktemperaturniveau. Der abnehmbare Filter-Einsatz 1X4 verfügt über einen Tropfstopp und eine Überlaufverteidigung. Schließlich gewährleistet das automatisierte Entkalkungsprogramm eine konstant hohe Präferenzqualität. Nummer 4. WMF Bühne Pro Kaffeemaschine. Mit seinem einfachen und edlen Layout und dem Gehäuse aus erstklassigem, mattgebürstetem Chromagarn passt die WMF Bühne Pro Kaffee Ausstattung leicht in jede Art von Küchenatmosphäre. Die Prozedur ist zusätzlich mühelos und problemlos mit Hilfe der externen Wasserstandsanzeige ist die Portionierung präzise auf den Becher. Bis zu 10 Tassen je 125 ml aromatischer Kaffee passen zum Duftglasbehälter. Dank des Schwenkfilters lässt sich das Kaffeepulver selbst auch leicht und ohne Krümel eingießen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. WMF Bühne Pro Kaffeemaschine. Mit ihrem schlichten und eleganten Design sowie den Immobilien aus hochwertigem, mattgebürstetem Chromagarn passt die WMF Bühne Pro Kaffee Ausrüstung mühelos in jede Art von Kochbereich. Das Verfahren ist auch unkompliziert und problemlos mit Hilfe des äußeren Wasserstandsschildes ist die Portionierung exakt zum Becher. Bis zu 10 Tassen 125 ml aromatischen Kaffees turnieren zum Thermokrug, der bei Bedarf das hervorragende Alkoholkonsum-Temperaturniveau für Stunden aufrecht erhält. Dank des Schwenkfilters kann das Kaffeepulver selbst zusätzlich einfach und ohne Krümel eingegossen werden. Nummer 2. WMF Stelio Aroma Kaffeemaschine. Die Filterkaffeemaschine Glas ist mit einem 10 Tassen Aromaglaskrug ausgestattet. Genau wie bei der thermischen Version hilft auch beim Beladen des Speichertanks ein äußeres Wasserstandsschild. Der abnehmbare Filtereinsatz ist nicht nur einfach aufgeräumt, er hat auch eine Tropfauslauf- und auch Überlaufabwehr. Das automatisierte Abschalten der Kochplatte garantiert ein besonderes Maß an Sicherheit. Und die Nummer 1 unserer Liste. WMF Küchenminis Aroma Filter Kaffeemaschine. Platzsparend, nützlich, unkompliziert. Die WMF Küchenminis können in jeder Art von Küchenbereich, trotz wie klein, und können ineinander integriert werden, wie es gefordert ist. Ob zu Hause oder zu Hause, alle WMF Küchenminis sorgen für ein abwechslungsreiches DIAID-Programm. Mit viel Liebe zum Thema Liebe zu Stil und Leistung sind Sie der ausgezeichnete Begleiter für 1-2 Personen Häuser und erzeugen auch in jedem Kochbereich ein einheitliches Bild. Die WMF Küchenminis Morgenmahlzeitserie ist auf eine Morgenmahlzeit für 2 oder allein zugeschnitten. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.